Einen fabelhaften, stolzen Sonntagabend, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 255. Folge der Honigwabe, die gleichzeitig auch unsere erste Folge in einfacher Sprache ist. Chrupalla, die Fresse, hat K. zugemacht. K. jetzt nix mehr Bundeskanzler von Europa. Die Baguett-Tante will die AfD trotzdem nicht wieder aufmachen. Chrupalla, mach mal K. auf und Baguett-Tante zu. Baguett-Tante soll zu sein, ich mag nämlich nicht gerne Baguett-Tante. Außerdem, Tagesschau jetzt auch für letzte Elendsgestalt in Zusammenland zu verstehen. Du gucken. Indien. Es ist viel zu heiß. In dem Land Indien ist es im Frühling immer heiß. Aber jetzt gerade ist es richtig schlimm heiß. In weiteren Meldungen, Wodka-Mann schlecht. Der Wodka-Mann ist immer schlecht. Aber diesen Sommer ist der Wodka-Mann so schlecht, dass wir ihm vielleicht die Brügel rausschmeißen müssen. Brügel rausschmeißen macht das Militär. In Deutschland heißt das Militär Bundeswehr. Bei der Bundeswehr arbeiten Soldaten. Wenn es einen Angriff gibt, dann müssen die Soldaten kämpfen. Das ist Verteidigung. Der Minister für Verteidigung heißt Pistorius. Pistorius sagt, wenn es einen Angriff gibt, dann haben wir nicht genug Soldaten. Deshalb brauchen wir mehr Soldaten. Pistorius hat jetzt einen Plan gemacht. Mit dem Plan will er mehr junge Menschen mit 18 Jahren zur Bundeswehr bringen. Dazu kommt jetzt ein Film. Und zu guter Letzt. AfD, Pippi und Kacka. Diese nix gut, böse sein. Bernd Höcke darf Faschist genannt werden. Ganz Berlin hasst die AfD. Hass ist keine Meinung. AfD verbieten, um Demokratie zu retten. Wenn AfD gewinnt, arbeite ich bei Lidl. An Kasse und nix mehr hier Propaganda. Der Bevölkerungsaustausch. Rechtsextreme Verschwörungstheorie. Wenn AfD gewinnt, Wahlen, dann Putin kommen. Dann keine Regenbogen mehr. Bitte verbreiten Sie diese Satire nicht. Tja, bei einem von diesen Clips könnten wir uns einen Scherz erlaubt haben. Die anderen sind tatsächlich so ausgestrahlt worden. Ja, ich fand den Tweet von Schatti dazu ganz gut. Ist das nicht die ultimative Blackpill für die Demokratie, wenn du in dieser Sprache Leuten erläutern musst, was überhaupt abgeht? Wie bedeutungsvoll ist das dann überhaupt, was sie wählen? Naja, aber damit auch willkommen an meinen einfachen Co-Host Kasper. Ja, hallo Schlum, hallo liebe Zuschauer. Schlum, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich wünscht für die Zukunft, dass du das, die Vorstellung der Themen immer so gestattest. Ja, ich meine, so kommt man auch gut mit, ne? Sonst ist das immer so eine kleine Staccato-Rede, bei der man richtig dabei sein muss und so ist es halt entspannt. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Wir haben letzten Sonntag hier live den Ausgang der EU-Wahl kommentiert, der um einiges weniger fürchterlich ausfiel, als die Umfragen es einem erst Glauben gemacht haben. Was waren die Umfragen? 13, 14 Prozent ungefähr. Am Ende sind wir gelandet bei 15,9, was nicht so gut ist wie die Werte vor ein paar Monaten vor den großen Medienkampagnen, einmal mit Potsdam und dann natürlich die mehreren Medienkampagnen, die über Krah hereinbrachen und natürlich dem enorm defensiven Vorgehen der AfD-Spitze, die Krah versteckte, Krah von den Wahlplakaten nahm, Krah-Verbot aufzutreten und so weiter und so fort, was einfach schuldig aussah. Was so aussah, als wenn irgendetwas verbrochen worden wäre von ihm und auch von Bistron. Tja, dennoch knapp fünf Prozent draufgepackt seit 2019. Jedoch kam dann am Tag nach der Wahl direkt der nächste Schock. Am Tag nach der Wahl wurde Krah durch ein Votum der neu gewählten Abgeordneten der AfD aus der AfD-Delegation ausgeschlossen. Hier haben wir das Abstimmungsverhalten der neu gewählten Abgeordneten. Wir sehen, die meisten haben für den Ausschuss gestimmt. René Aust, unter anderem Marc Jongen, dann haben sich drei enthalten und weitere drei, darunter Peter Bistron, haben dagegen gestimmt. Das Ganze folgte auf eine große Medienkampagne. Ich meine, ich habe gerade darüber geredet, dass es mehrere gegen Krah gab. Letztlich die, die ihm das Genick brach mit freundlicher Mithilfe von Le Pen und Meloni, war die am Aufhänger der Aussage oder des Verweigerns der Verurteilung von allen SS-Angehörigen im Interview mit einer italienischen Zeitung. Das war dann, was Le Pen dazu gebracht hat, in Zusammenarbeit mit Meloni zu sagen, wir schließen die AfD aus der ED-Fraktion aus, aus der großen rechten Fraktion in der EU, um maximalen Druck auf sie auszuüben, ja, keine Ahnung, diesen Typen abzusägen und am liebsten noch ein paar mehr, aber zu dem kommen wir gleich noch weitergehend. Das Ganze kommt ja auch nicht aus heiterem Himmel. Also dieses, ja, Draufspringen auf Medienkampagnen seitens Le Pen und Meloni. Ich will darauf hinweisen, dass Le Pen schon Anfang des Jahres während der Potsdam-Kampagne dem Umframe von Remigration zur Deportation und der Unterstellung, man wolle das mit, ja, keine Ahnung, dem halben Land, jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist und allen Andersdenkenden machen und so. Meloni ist auch darauf damals draufgesprungen. Das hier ist vom März oder wahrscheinlich Ende Februar hat sich das dann zugetragen. Da hat sie Weidel aufgetragen oder ja quasi die Vorschrift gemacht. Ihr müsst den Begriff Remigration aus dem Wahlprogramm verbannen. Der darf nicht seinen Weg ins Wahlprogramm finden. Und ihr dürft keine Öffentlichkeitsarbeit damit machen. Das hat sich Weidel dann vorschreiben lassen von Le Pen. Also auch da waren sie quasi Team-Medien. In anderen Worten, die demografische Kehrtwende, eine ernsthafte Abkehr von der momentanen Migrationspolitik und eine Behebung des schon angerichteten Schadens kommt nicht in die Tüte, wenn es nach Meloni und nach Le Pen geht. Die sind da eins zu eins auf der Linie vom Mainstream. Und wie Meloni schon im Januar verkündet hat, ist einem auch sehr wichtig, dass der transatlantische Kurs beibehalten wird. Das könnte auch der wahre Grund gewesen sein, warum man K. unbedingt weghaben wollte. Hier habe ich ein Zitat von Meloni über die AfD aus dem Januar. Die Differenzen sind unüberbrückbar, alleine schon was Russland betrifft. Fast so, als könnte das der wirkliche Grund sein. Und was dann genutzt wurde als Vorwand, diese SS-Aussage, war halt genehm. Hat man sich halt gerne genommen als Grund. Der Plan dahinter geht ja ein Stück weit auf. Also Le Pen ist im Begriff, in Frankreich an die Macht zu kommen. Meloni ist schon in Italien an der Macht. Und das haben sie erreicht und das wollen sie aufbauen. Oder ausbauen, besser gesagt. Offenkundig auf dem Rücken von einem den Mächtigen, den EU-Eliten, genug geben. Dem Mainstream genug geben, dass er einen nicht mehr als Feind einsortiert, sondern als notwendiges Übel. Als ein Übel, das vielleicht nicht alles genauso will, wie man selber. Aber genug kackt, dass es den Kurs, der gewünscht ist bei Migration oder beim Transatlantikertum, nicht komplett abändert. Ich meine, hier habe ich mal was rausgesucht, relativ frisch von von der Leyen. Die hat angekündigt, mit Meloni auf EU-Ebene zusammenarbeiten zu wollen. Sie hat sie als europafreundliche Konservative eingestuft und gesagt, sie erfülle die Kriterien für die Zusammenarbeit. Da ist die Frage, was sind denn das für Kriterien? Sind das möglicherweise genau die Kriterien, dass die Kernpunkte, in denen das rechte Lager mit dem Mainstream nicht d'accord geht, abgetreten werden müssen? Dass man davon weit genug abrückt, dass der Mainstream einen nicht mehr als Bedrohung wahrnimmt? Ist das möglicherweise, wie gesagt, Transatlantikertum und Remigration soll zu sein? Ich meine, die Meloni machen ist ja inzwischen schon in unserem Lager, aber eigentlich sogar darüber hinaus, auf jeden Fall im altlinken Lager, höre ich das auch häufig, zu einem geflügelten Wort geworden, dafür seine Migrationspolitik als nominell Rechter so zu gestalten, dass sie eigentlich vom Mainstream nicht mehr zu unterscheiden ist. Dann machst du halt irgendwie, keine Ahnung, eine große Italienflagge drauf oder hier dann eine große Deutschlandflagge, wenn man als AfD dasselbe durchziehen würde. Aber weiter kommen alle rein und es gibt auf keinen Fall eine Kehrtwende. Tja, trotz dem Ausschluss von K haben die Franzosen und Italiener beschlossen, dass sie die AfD nicht wieder zurück in die ID-Fraktion lassen werden. In anderen Worten, es war entweder alles für den Atsch oder man wird sich noch wesentlich weiter zurechtstutzen lassen müssen. Ich meine, ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass Le Pen schon vor der Wahl gesagt hat, dass auch Aust weg müsste. Aust, derjenige, der jetzt die Spitze übernommen hat, anstatt von K. und Bistron müsste auch weg, Aust, der ja sogar kurz vor der Wahl noch signalisiert hat, dass man in Sachen EU-Mitgliedschaft der Ukraine nicht kategorisch dagegen ist. Hier habe ich einen Clip, das ist ein kleines Interview bei der Tagesschau. Die Ukraine EU-Mitglied werden? Erstmal muss Frieden herrschen und dann müssen wir weitersehen, ob Vollmitgliedschaft oder privilegierte Partnerschaft. Auch nicht gerade, sagen wir mal, glücklich war der Griff am Tag nach der Wahl, also als vor allem das Vorfeld natürlich gekocht hat wie sonst was, als man ihm im Endeffekt gesagt hat, ja gut, schöne Arbeit, ihr habt da schön ein bisschen Wahlkampf für uns gemacht und jetzt sägen wir den Typ ab, für den ihr das gemacht habt, dass er an diesem Tag nach der Wahl dann im Hinblick von K.s TikTok-Kampagne und dem guten Abschneiden bei jungen Wählern auf genau diese Tagesschau-Interviews, die auf TikTok gepostet wurden, von der Tagesschau verweisen musste, hier der Clip. Im Übrigen noch mal etwas zu Social Media. Wir sind ja breit aufgestellt und wir haben viele unterschiedliche Erfolge in diesem Wahlkampf gehabt, nicht nur auf TikTok, sondern zum Beispiel mein Video bei der Tagesschau hatte immerhin auch über drei Millionen Aufrufe. Also immerhin ist das so, wir erreichen viele junge Leute auf unterschiedlichen Kanälen. Vielleicht noch ergänzend dazu, wir hatten eine spezielle, maßgeschneiderte Jungwähler-Kampagne auf den sozialen Medien von der Partei. Das hat möglicherweise auch geholfen. Aust wurde dann, wie man sich denken kann, so ein bisschen zum Zentrum des Zornes über diese Vorgänge, wo ich mir auch gerade spontan die Frage stellen muss, wenn K.ra dem Ansehen der AfD wirklich schadet im öffentlichen Auge, wieso hat man ihn nicht vorher abgesägt oder geht das gar nicht mehr? Kannst du einen Listenplatz-1-Typen gar nicht vor der Wahl absägen? Ist das zu spät quasi dann? Hast du eine Ahnung? Das ist eine exzente Frage. Ich habe keine Ahnung, nee. Tja, aber wie bereits angeschnitten? Du, vielleicht hat man sich das nicht getraut, weil er ja immerhin derjenige war, der angepriesen wurde. Ja, ja, aber ich meine, das Ganze dann einen Tag nach der Wahl zu machen, ist natürlich auch unfassbar hart. Aber ja, klar, als noch größeres Zeichen der Schwäche, auch wenn man ansonsten natürlich ihm jedes Zeichen der Schwäche gegeben hat, das man ihm hätte geben können. Ja, Aust wurde dann zum Zentrum eines Sturms der Entrüstung über diese Vorgänge, über auch allein die Frechheit darin am Tag nach der Wahl, okay, tschüss, das war's, der Typ ist raus. Also das war ja sogar für das, was sie gemacht haben, noch insbesondere respektlos durchgezogen. Ja, dementsprechend entlud sich dann der Zorn darüber, vor allem auf Aust, was so weit ging, dass die Thüringer AfD eine von Höcke unterzeichnete Soli-Bekundung mit Aust verfassen musste, ja, die sich vor allem daran aufhing, dass ihm Verrat vorgeworfen wurde. Und Aust selber hat versucht, die Wogen zu glätten mit einem angekündigten Statement, das wohl dahingehend sein sollte, dass hinter den Kulissen nicht die totale Feindschaft abgeht zwischen dem K-Lager und dem Aust-Lager, sondern man ja durchaus miteinander noch klarkommt. Er postete dazu ein Foto, das schon vor der Wahl aufgenommen worden war, aber dennoch als Signal von einem Essen, das er mit K. hatte. Und ja, das musste dann wieder abgesagt werden, nachdem offenbar die Spitze oder irgendwelche Leute, auf die er gehört hat, ihn zurückgepfiffen haben. Ich zitiere, mein angekündigtes Statement hat für Wirbel gesorgt. Ich wurde mehrfach darum gebeten, mich nicht am öffentlichen Schauspiel zu beteiligen. Wir brauchen als Partei nicht noch mehr Spektakel. Zum Wohl der AfD werde ich mich deshalb zurückhalten. Das hat natürlich auch nicht gerade geholfen. Und schließlich hat dann K. selbst ein Interview im Medium auf 1 gegeben, in dem er auch dieses vor den Kopfstoßen des Vorfeldes, etwa denen, die sich an der TikTok-Kampagne der TikTok-Guerierer beteiligt haben, thematisierte und zu einem kühlen Kopf aufrief. Hier der Clip. Genau. Heißes Herz, kühler Kopf. Also der Kopf muss immer kühl sein. Blinde Wut tut selten gut. Aber natürlich sollen wir nicht uns aufspalten. Wir alle haben Emotionen. Dass ich am Montag nicht den glücklichsten Tag meines Lebens hatte, ist ja wohl klar. Und es ist auch völlig berechtigt, das einzugestehen. Und es ist für jeden jungen Wähler, für jeden Aktivisten. Schauen Sie, wie viele Leute in den letzten Monaten völlig unentgeltlich Videos geschnitten und hochgeladen haben, um diese ganzen Social-Media-Sperren zu durchbrechen, die man über mich verhängt hat. Diese jungen Leute haben ihre Freizeit geopfert. Sie haben Spaß gemacht. Sie haben sich Wettkämpfe geliefert, wer mehr Klickzahlen hat. Und dann sagt man denen am Tag X plus 1, interessiert uns nicht. Also, wem will man denn dann übel nehmen, erstmal in so einer ersten Welle auch zu sagen, nee, so läuft es nicht mehr. Wir sind im Jahr 2024. Aber das ist das eine. Das andere ist, es geht weiter. Und jetzt kommt der kühle Kopf. Wir wollen das, wofür wir gemeinsam gekämpft und gestritten haben vor der Wahl, gemeinsam nach der Wahl umsetzen. Da brauchen wir den kühlen Kopf. Da brauchen wir auch Versöhnlichkeit. Da brauchen wir Brücken. Die werden wir jetzt bauen. Dann hat Politico auch noch ein Foto geleakt, ein tatsächlich aktuelles Foto von einem Treffen und Gesprächen in einem Restaurant von K.R. mit Aust. Also, da scheinen Verhandlungen oder Gespräche irgendeiner Natur stattzufinden. Man scheint sich da zu verständigen. Und generell, wenn K.R. nicht wirklich sagt, okay, jetzt müssen wir volle Kanne reinhauen und es denen in den Rachen stopfen, soweit es geht, dann würde ich vorsichtig darauf warten, als Vorfeld, dass er das tut. Dass er wirklich, ja, das Signal gibt, dass jetzt der Konflikt wirklich bedingungslos zu suchen ist. Und da müsste er den auch gewissermaßen anführen. Insofern, ich würde es mit K.R. halten, wenn er sagt, erst mal einen kühlen Kopf behalten, sollten wir das wahrscheinlich tun. Wichtig ist natürlich trotzdem, dass wir weiterhin massiv darauf pochen, dass er in die Delegation wieder aufgenommen wird. Halt in einem gesichtswahrenden oder in einem deformwahrenden Duktus, aber dennoch mit Nachdruck. Und ja, uns muss klar sein, dass dieser Scheideweg am Ende auch mehr betrifft als nur K.R. selber. Wie gesagt, sie wollten auch Biston und Aust weghaben. Sie werden immer mehr Leute weghaben wollen. Es geht darum, die AfD so zurechtzuschnitzen, dass sie keine Bedrohung mehr ist. Meloni und Le Pen haben sich gesagt, wir sind zufrieden damit, keine Bedrohung mehr zu sein. Ich weiß gar nicht, ob wir das wollen sollten, weil, meine, also die Frage ist wann. Wenn die den in einem Jahr wieder aufnehmen, in anderthalb Jahren, okay, aber wenn die das in einer Woche machen, dann ist das so ein Hin und Her, so ein übelster Eiertanz. Das ist auch wieder schlechte Presse. Ist es aber eh schon. Die AfD weiß nicht, was sie will, aber ich glaube, du setzt noch einen drauf. Ey, ohne Scheiß, ich weiß auch nicht, was da das Beste ist, ja. Aber ich denke, momentan ist quasi alles. Sie haben es so krass verkackt, dass momentan aus meiner Sicht quasi alles, was sie machen könnten, falsch wäre. Ja, und das Ding ist, selbst wenn man davon ausgeht, und das sind ja Überlegungen, die sich sicher die Spitze auch selber machen wird, selbst wenn sie darüber nachdenkt, ihn zurückzuholen, selbst wenn man davon ausgeht, das wäre taktisch keine gute Idee, dennoch muss das natürlich für Druck sorgen, also auch symbolkräftig ist das dann ja, was die Antwort darauf ist. Wenn das nicht ruhen gelassen wird und sie weiter darauf hingewiesen werden, dass, sagen wir mal, wir maximal unzufrieden damit sind, wie das Ganze gelaufen ist, dann wird sie das davon abhalten, weiter diesen Weg zu beschreiten und am Ende landen wir dann, ja, ansonsten bei einer AfD, die, ja, melonisiert ist. Die überhaupt nicht mehr nützlich ist, also dann brauche ich sie halt auch nicht. Ja, exakt, exakt. Vor allem in Italien, für die Italiener wäre es wahrscheinlich jetzt besser, wenn Meloni gar nicht mehr da wäre, wenn ihre gesamte Partei gar nicht da wäre und sie noch vier Jahre die Irren an der Macht hätten, die das Ganze ungebremst und offen machen, also die Masseneinwanderung ungebremst und offen und mit Begeisterung vollziehen und, ja, dann kann eine Partei groß werden, die tatsächlich etwas am Kurs ändern könnte und der Weg, so eine Partei zu bleiben für die AfD, besteht darin, sich nicht wieder an die ID-Fraktion anzubiedern, vor allem die Italiener und die Franzosen, denen zu sagen, ihr könnt euch f***en gehen, ihr könnt euch f***en gehen, was Kra angeht, ihr könnt euch f***en gehen, was Remigration angeht, wir machen weiter unser Ding und wir machen wie Angeboten von den Ungarn und den Bulgaren eine Koalition mit denen, eine Koalition der stabilen Rechten, der Rechten, die nicht einfach nur, um an die Macht zu gelangen, zufrieden damit sind, den Ist-Zustand zu verwalten, zufrieden damit sind, ein Schoßhündchen vom Mainstream zu sein, das am Leben gelassen wird und das nicht mit allen Mitteln bekämpft wird, weil es eben nicht beißt. Tja, von Kra habe ich noch ein kleines Grußwort aus dem Stolzmonat und vom Start der EM zur Halbzeit des Stolzmonats jetzt und danach werden wir noch mal kurz über die Aktion mit den Trikots reden. Es ist Fußball-EM und es ist mir egal. Diese Mannschaft ist keine Nationalmannschaft mehr, sie will es auch nicht sein. Es ist die Regenbogenmannschaft, die Pride-Mannschaft. Wir können es ignorieren. Wer interessiert sich schon für diese politisch korrekte Söldnertruppe? Aber es ist Stolzmonat. Das ist das Gegenmodell zu Pride-Manns, zu Pride-EM, zum Regenbogen. Sei stolz auf das, was du bist und nicht auf irgendeine zusammengewürfelte Fußballmannschaft. Deutschland wird nicht gerettet durch Fußballspieler. Deutschland wird gerettet durch dich. Entdecke, wer du bist, was in dir steckt. Kind deiner Eltern, Mann, Frau, Deutscher. Damit änderst du Deutschland und machst es wieder zu deiner Heimat. Zu den Stolzmonat-Trikots gibt es jetzt nämlich auch und vor allem den Wettbewerb um diese mit Aktionen der echten Welt eine Kampagne, die durchgeführt wird von uns und denselben Leuten wie die TikTok-Guerier, also Kars engstem Unterstützer-Team. Dazu gibt es nun auch einen neuen Video-Beitrag, der das Ganze bewirbt, den ich hier kurz einspielen werde. Und ich würde sagen, daraus machen wir dann auch den Tweet der Woche. Ich hau das nochmal auf Twitter währenddessen raus und dann können wir das etwas pushen. Es ist Stolzmonat, die Zeit des Jahres, wo wir unseren unbändigen Patriotismus zeigen können. Es ist aber auch die Europameisterschaft und wir lassen uns bestimmt nicht den Bokenfetzen hier anziehen. Wir werden es dieses Jahr nochmal krachen lassen und verlosen Trikots. Nicht irgendwelche Trikots, sondern die erste Generation der Stolztrikots 2024. Und es kommt noch besser. Unser Vorfeldliebling Maximilian Krar hat 200 Stück davon unterschrieben. Wie du sie bekommen kannst? Zeige uns deinen Stolz, bringe die deutschen Farben auf die Straße mit kreativen Aktionen, poste sie und schicke eine Telegram-Nachricht an at Stolzmonat-Aktion und erhalte eins der begehrten Sammlerstücke. Mach deine Freunde neidisch, lass Linke glühen, sei einfach stolz, ein Deutscher zu sein. Da sind wir wieder. Den Feed hauen wir euch jetzt gleich hier in Chat und Beschreibung ein. Ja, jetzt nichts mehr mit staatszersetzender Hetze und Nachrichten. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit bis hierhin und wir sehen uns wie immer in alter Frische nächsten Sonntag live um 18 Uhr hier wieder bei einer weiteren schönen Folge der Honigwerbe. Haut rein, bis dann und macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.